Und damit ein chaotisches Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kanal. Wir spielen eine Runde Gun Game, weil uns nichts besseres eingefallen ist. Und deswegen, hier habt ihr eine Runde Gun Game. Mit dabei ist wieder mal der Clemens. Hallo. Und wir versuchen uns nicht gegenseitig zu feeden oder irgendwie zu farmen, sondern versuchen einfach nur drauf zu gehen. Vielleicht das Team und wahrscheinlich zerkloppen wir uns auch wieder gegenseitig. Ja, schiff, schiff. Schiff, schiff. Wir zerkloppen uns gegenseitig, schiff, schiff. Ich stoppe mich aber eiskalt. Jetzt bin ich in der Left. Ja. Ich habe ein Herz gehabt. Ein Kill. Ja, komm her. Ah, ich sehe dich. Und auf welcher Tag? Lol. Wir von fünf Leute bei uns waren. Und, äh, was? EZ. Fuck. Nein. Böse. Und? Ja, Doublekin. Nicht mich, nicht mich. Ja. Nein, ich mach ja nicht. Ehh. Was? Ich wurde geboostet. Ja, ja, ja. Ich auch von dir. Nein, ich wurde von dem Gegner geboostet. Und zieht es in der Aufnahme. Du kannst es dir nachher ansehen. Nicht mich. Ich wollte dich. Was? Ich brauche Healing. Ich brauche Healing. Ich bin tot. Ich habe mich nicht eingeschlagen, weil ich Healing gebraucht habe. Ja, ist klar. Nicht ausreden. Der mir schon wieder. Lol. Boah, ich habe solche Lags. Der hat bei mir auch gleich gelaggt. Ich gebe ihm gerade Ping schnell. Alles klar. Ja, ich stelle kurz die Render Distance runter. Mach auf 8. Ich mache es auf... Aber bei Gang Game braucht man eigentlich nicht 8. Ja, ich habe es auf 12. Ich habe es auf 32, glaube ich. Oh, Full Leader verzaubert getisst. Was du, dass du mich gerade geboostet hast, reinzufällig? Ne, ne, ne. Ich bin mit dem Schiff. LOL. Als ob das kein Hack war. Und ich bin tot. Wieso? Ich habe sogar noch einen Kill gemacht. Clemens, drehe dich mal um. Easy, ich habe einen Kill gemacht schnell. Ja, komm, King Full Leader. Ja, ja, komm. Hinter dir. Der ist auf drei Herzen unten. Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Ich fahr auf den Workbenches um. Komm schon. Ja, wie wenig Nachbäcker bekommt. Ich bin auch tot. Aber sowas ist lustig. Ja. Für uns. Warte. Ich renne wieder zum Schiff. Als ob er die ganze Zeit wegrennt. Ja, wirklich. Als ob er die ganze Zeit wegrennt. Und jetzt? Ja. Als ob ich lieber gerade die Namen habe. Nettes Kind. Ich schimpf halt nochmal. Oh, ich bin so doof. Ich bin runtergelaufen, weil ich versucht habe, einen extrem schlecht Equipment zu killen. Ja. Ja. Als ich gelaufen habe. One Hit. Nein. Ja, genau. Ja. Ich habe einfach keine Chance gehabt. Ja. Hex. Bahn. Video. Get an Skommer Team. Keine Ironie. Oh, ich hätte rumgereicht. Oh Gott. Mega Ping lag. Leil. Halb mir lags noch immer. Obwohl ich schon extrem runtergestellte. Ja, eigentlich volle. Ich ziehe durch. Geh auf ihn. Geh auf ihn. Ja, er hielt sich. Ich habe eineinhalb Herzen. Ja, ja. Der hatte nur noch zwei Herzen. Ich weiß. Ich bin One Hit. Der eine ist tot. Der wurde eh gekillatscht. Ja, ja. Lol. Kekillat. Ich war gerade im Wasser. Easy. Ja, ich habe... Peace, peace. Ja, ich mache ja nichts. Der hinter dir. Ich wollte nur den hitten. Ich wollte nur den hitten und du hittest mich fast runter. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Auf ihn aufgelegt. Komm, Yolo. One Hit. Nein, der ist besser gekriegt. Easy, Mann. One Hit Down. Ja, geh halt nur auf mich. Verdammt. Lol, er hat abgestaubt. Der eine ist nur auf mich gegangen. Er hat uns beide jetzt abgestaubt. Nein. Yes, ich habe einen Kill gemacht. Nice. Lol, nur noch back. Also, wenn ich einen Hacker sehe... Hinter der Wand hackt er noch. Steh da noch. Was? Du bist so easy für mich, Kling. Nicht, dass du... Komm, jetzt. Easy. Ich bin jetzt vorbereitet. Easy. Ja, komm. Ja, target für mich, Rolke. Target für mich, Rolke. Oh, pass. Nein, geh doch auf den Mono-Equipton. Der eine geht halt nur auf mich. Oh, hi. Nein. Yes, easy. Halbes. Nicht mehr tot. Warst du das? Wie denn? Ja. Hä? Wie hast du mich gehitten? Ich wurde auseinander. Ja, komm. Jetzt hast du mich fast abgestoppt. Nein, ich hätte fast abgestoppt. Irgendwie ist das fast nur Selfmade-Target, gell? Ja. Es ist einfach, dieser Modus besteht einfach nur, abgestoppt. Ja, abgestoppt einfach nur. Nein, ich hätte das gehabt. Ich hatte drei Herzen, verdammt. Nein, ich habe zwei Herzen, ich ziehe durch. Tschüss, Lungs. Ach, du bist das. Kilora. Man hat es gesehen wahrscheinlich in der Aufnahme. Ja, genau. Ich drehe mich um, T-P-D. Ja. Aber warte. Lol. Der lag extrem. Ja, ich habe ihn gemacht. Ich habe abgestoppt. Ich habe dich abgestoppt. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Machen wir mal. Kein Targets gegeneinander. Mach ja keinen. Nein, überhaupt nicht. One-Hit. Ah, alles klar. Ja, du hast ihn runtergeschubst und ich habe ihn noch gehittet, aber. Wie viele Herzen bekommt ihr bitte Schaden? Wie viele Herzen ich schon bekommen, bekomme ich Schaden? Komm jetzt. Voll gewissen Leder mit. Master hat abgestoppt. Ja, genau. Ja. Nice. Ich habe das Schiff verobert. Ganz herkommen. Ganz herkommen. Ganz herkommen. Wenn ich da leben tue, komm gerne. Hat er mich gerade seitlich gehittet? Nein. Nein. Hast du hoffentlich eine Aufnahme. Nein, ich war nur mit Optifender. Nein. Brühe Gold hinter dir. Jetzt mob ihn. Mob ihn. Nein. 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 Tschüss, ich zieh durch. Nur noch fünf Pferden. Ja, lol. Ich habe drei Herzen. Glück hat. Kommst du zum Schiff? Ja. Das geht doch nicht. Ich geh drauf. Ich hab drei Herzen. Lol. Ich bin mit drei Herzen draufgegangen. Juckt mich nicht. Lol. jetzt hat alles klar Prozent ich bin auch schon wieder raus Lederfahrt habe ich gerade ins Wasser gesprungen Alles klar, ich bin wieder raus Nein! Ich konnte jetzt gerade empfehlen, ich habe mich jemanden berührt Ja, da wollte er mich abstauen Alles klar, er gibt mir halt eine Todeskriege Die Todeskriege habe ich gesehen Echt? Ja Das hat man jetzt auf Aufnahme Ja, auf Aufnahme, ich bin ins Wasser gelaufen Das hat man auf Aufnahme, Clemens Ich habe Fallschaden gekriegt und deswegen bin ich nicht weggesprungen Ja Warte Habe ich dich nicht erwischt Du hast mich geboostet, dass ich ihn töten konnte Ja, du hast mich geboostet, dass ich ihn töten konnte Ui Ja, alle gerekt Alle gerekt, ich habe zwar nur drei Herzen, aber juckt mich nicht Okay Ich bin One-Hit Ja 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 Das war kein All-Hit Verdammt 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 Ich habe einmal nur gehittet, alle Ah Das war jetzt grad Party Nein Clemens geht nicht auf mich Warum gehst du auf mich? Ja Ja Du bist der Leiterste von allen Obwohl ich gerade eine One-Hit abgestoppt habe Okay, One-Hit abgestoppt Nein Double-Kill Ich glaub ich hab schon Ja Ich bin schon mal selbst mehr oft das Oh, ja, oft das Oh, ich hab grad noch Ich hab die Healing nicht schön genug gekriegt Easy Nein Aber wie ich den Sprung einfach geschafft hab Ja, wieviel Erzen Ich glaub zwar Ja Was ich a One-Hit Und Ich bin drauf gelaufen Und ich bin gleich noch mal gestorben, das heißt Nein Hä Wieviel Kills hast du schon? Null Äh, wie? Ach so, insgesamt Ja, insgesamt Ja, insgesamt, natürlich, insgesamt Als ob du den Sprung überlebt hast Also, bei meiner Killeinzahl sieht man Sie schon bisschen öfters in der Nacht kann, den gesagt habt Wie viel? 1241 Ja, ich hab auch 1131 Ja, du auch also Nein, ich hab einmal Ganggegezockt Ja Ich geh noch einen Nein Was macht der Full Iron Der kommt einfach Ja, ich hab' nie hingeschubst euch Ja, stopp Ja Ich drück' den Full... Ah, dein Ernst? Ja, aber RTG gekommen Oh Ja, ja, komm, ja In der Luft Du hast mich noch gekriegt Ja Du hast mich noch gekriegt Ja Das bin ich dich Double kill Double kill Das war diese Oli-Bar Ach so, geschau mal Ach so, geschau mal Ach, schau mal Ach, schau mal hinter dich Oh, du kannst du so offen Ja Oho Ich bin tot Ich hab' gesagt hinter dir Wie so kommt der Fulldier zu mir Ja, Fulldier Das ist... Der hat noch einen Eisenhelm verzaubert Jetzt ist er Fulldier Dank mir Ne Da geh' ich nicht hin Wie wir Team in Netzgamer, ist okay? Okay Ich hab' Blockhitten verkackt Ich hab' Blockhitten verkackt Was? Hat der mir für eine Combo gegeben Put, put, put Nein First Hit Ja, komm Besserer Nein Ich bin ins Wasser, ansonsten hätte ich dich wahrscheinlich gekriegt Ja Oli-Bar Hinter dir Er rennt von weg von mir zum Glück Ja Komm Nimm ihn dir Er verdient einfach keinen Schaden Ja, du hast doch nur eine Holzachse Ja und? Wir fieden dich wohl dir Ne, wir fieden dich nicht Ja Er geht Er targetet uns Nein Nein Ich wollte im Arm stoppen Ja komm, gib mir die Killer am Start Easy Oh mein Gott, Ultralag Ja 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 komm, ja komm Ja komm Jawoll Schau dieser Oliva, komm lieber zu uns Easy Oh Zelle Easy Double Kill Eins auger, dich abgült, nicht gekriegt Ja, jawoll Mit einem Sex aufgefühlt kommen Ist der kleine Clemens tot? Noll Ja Ich hab dich abgestoppt Easy Der ist gleich mit der Fanball Fuldir steht am spawnen und targetet mich Noll 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 Verdammt, der Gegner full Gold Also fast Gold Also Hälfte Gold eigentlich So ein Kind So ein Kind Upsala Ja, ich hab gedacht, das bist du Noll, komm Fastfield Nicht mich Ja, sehr schön, danke Ja, sowieso Easy Vielleicht mit der Fanball killt mich Mit zwei Herzen Was für ein Lacker Hä? Ach, das ist ein Team Ja Ich zieh wieder durch, tschüss Verdammt, ich war ein Two-Hit So easy, Mann Noll Noll Du bist am spawnen vor mir nochmal verreckt Eins, die hat mich erwischt Hä? Noll Noll Ich folg dir mal Als ob Easy Tenhard X-Selle X-Selle des Todes, Mann Ist klar Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich gebannt Wenn die Aufnahme Ja Mach ein Report und dann dann komme Ich hab's nicht einmal mit Chittern geschafft Nein, Clemens Böse Clemens Easy Öh Der Tief Full Tier Ein Herz Ein Herz Ein Herz Ein Herz One in Two-Hot Der Tief hat mich gekillt Verdammt Ja, jetzt der Full Gold Offen Full Gold Ja, ja Pingstall, ihr habt ihn Easy Ja Ja Er hat uns beide abgestoppt Hä, wie? Wieso schnell? Ja, er hat mir einfach Schwie-Hit gegeben Nicht mich, nicht mich! Ja, das war unabsichtlich Teamen wir jetzt, okay? Wir teamen jetzt Ja Ich links zu rechts, ja? Ich links zu rechts Ja, okay Das war jetzt genau andersrum Schnell! Vier Herzen, erst da Ja, ich wurde gebootet Ja Peace! Das war jetzt unabsichtlich Das war unabsichtlich Schlägst du einfach kurz nach links raus Da steh ich Fuck Ein Kill abgestoppt Bin tot Ja Gut Loll Wo bist du? Wie viel Look sie hat Das war jetzt fast Komm nach links wieder Ja Ja Die haben wir auch falsch Nein Nicht, nicht, nicht Nicht, nicht Ja komm Ja komm, geh weg, Mann Hä? Bin tot Boah Ich weiß nicht, ob die Klicks gezählt werden Hä? Klips? Klicks Meine Maus schafft nicht mehr Geh die von dir, geh von dir Ja Ja, weil du den noch kriegst Ja Er hat acht Herz mit drei Schlägen verloren Haha Und ich hab die Aufnahme Von meiner Sicht wäre sicher noch witziger gewesen Da drüben steht er noch Ah, ich sehe einen Ich sehe da einen Oh! Das bist du Ich hab gedacht, das bist du nicht du Ich geh von links Komm schon noch Ja, er geht auch auf mich Hab ihn, hab einen Gönne den Das bin ich Das bin ich! Ich werfe nur viereinhalb vom Herzen Ja, renn weg Wahrscheinlich kann ich nicht Ja, gut Er war one hit Okay, jetzt gehört uns Ja, der Hügel uns Da unten steht er So, ich versuch ihn zu suiciden, einfach weil ich's kann Nein Ja Ich geh runter Ich geh runter, ich... Habe ja kein Equip Er kommt drauf Komm schon Ja Ach, ich bin tot, da hinten ist einer Geh weg Gerte dich Ah, sorry Ich... du hast mich genau überhin geboostet, dass ich ihn krippen konnte Du hast ihn hier irgendwie gekommen, gell? Ja Dass ich ihn krippen konnte, bist du runter... hast du mich immer geboostet Ja, aber mit Absicht Ohhhh Da bin ich vorher runtergeboostet worden vom, äh, dir Geh wir hin Ja, ich geh von da Ja Du fand richtig von links Ja, sie haben Team Haben Team Habe einen Hat einen zweiten Kommt der grad? Ne, ne, ne Aber hinter mir ist einer Ja Die haben wir vorbei Ja Ne, ne, warte Oh, das ist der Fuldia Was? Der Fuldia steht da Warte, ich kann ihn vielleicht töten Nein, ich hätte ihn fast ins Wasser geboostet Weil er kurz AFK war Kommt er zu dir wahrscheinlich Shit Ich habe ihm übelst Fallschaden gegeben Ich habe ihn, ich habe ihn zu urhaft gehitet Ich habe ein Herz Ne Herz? 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 Ich habe auch ein Herz Du bist Shit, shit, steh dich Kannst du mich kurz feelen? Ja Genius Das war so gut, danke Komm, da oben steht er Wir fieten dich zu fuldia und dann töten wir Okay, machen wir Nein, 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 das geht Ich weiß, wie lange das dauert Nein, der macht mich tu, hit Ich zieh wieder durch Ich hab wieder ein Herz und bin tot So, jetzt bin ich tot Komm, fiegt mich Nein, das dauert die zu lange Ja, okay, die Aufnahme machen wir für mich Vielleicht machen wir es in einem Dream Das ist dein Stream vielleicht Das ist dein Stream vielleicht Das ist dein Stream-Projekt Irgendwann Alles klar Ich habe es überlebt Mit einem Herz Ich soll ja, ähm, twiltsch oder auf YouTube streamen Schreib es mal in die Kommentare Weil, ich habe von nicht mitgehe, dass die YouTube Qualität besser ist Oh! Ich weiß nicht, genau Ja, er macht mich tu mit Nein, fliegt doch Mann, wie lacke Er bekommt, er bekommt nur urwenig Nottrick, gell? Ja Alter, ich habe in fünf Blöcke, glaube ich, geschossen oder wie weiter Was? Er gibt mir aber extrem Knockback auch Ich sneak mich hoch, ich sneak mich hoch Ja, das hat jetzt hoffentlich niemand gesehen Nein, ich habe es leider nicht gesehen Denken ab und dann rennt er zu mir vor, ja? Und dann kommst du Er rennt links vorbei, dann könnte ich ihm vielleicht knocken Knockbacken Jetzt, jetzt, jetzt! Mann, das ist zweit weg Hast du mich gesehen, wenn du hier rennst? Jetzt, nein, er traut sich nicht her wahrscheinlich Jetzt, jetzt, jetzt! Oh ja! Nein, das geht nichts Ah, nein, das ist so schwer Ja Das geht nicht, er muss irgendwie vorbei rennen, dass ich ihn knocken kann Versuch vorm Turm vorbeizurennen, also da wo ich renne Ja, ja Geh du über links, nein, links, links, links Okay, so Das ist links Das, äh, recht Von mir ist links Er rennt, er rennt Er rennt Er kommt zu mir Er hat sich nicht weiter her, ich habe ein halbes Herz Warte, er töte mich Weil Ja, okay, komm mal Der stand bei dir ein Herz Oder ein halbes Weil ich habe, ich sehe den Damage Indicator bei dir nicht Weil er, ja, er hat dich aus Namen eingesperrt Da hat er dich wohl Nein, am letzten Block hat er das überlebt Was hast du da stehst? Er kommt von unten, er kommt von unten, er kommt von unten, er kommt von unten Er kommt von links Tschüss, ich zieh durch Er kommt von der anderen Seite Ja, ich bin To-Hit Ist klar LOL 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 Ja, soll ich noch LOL sagen? LOL Sag mal nur Maria Hahaha Maria, okay Maria, Maria L- Ja, LOL Ja, toll Möchten Wir machen, wir mobben ihn gerade Verdammt, er hat uns alle direkt gecleared Nur nach fünf Ferzen, fast Wir haben jetzt so dritt getargetet Ich rechts zu links Uro Ach, der Umstände, komm Ja, komm, putz, 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 sein braves Hündchen Lock ihn hin, lock ihn hin Ich bin ins Wasser gelaufen Loll Ein zweiter Hilfster Ja, ziehen, ziehen, ziehen Ja, dreht sich nicht her Habe ich ihn? Nein Ja, hä, hä, warte, ich muss kurz die Landschaft da erkunden Das Kind Er kämpft da unten, wenn er vorbei rennt, habe ich ihn Er hat sechs Herzen Hallo, er geht auf mich, Mann Was hat das? Wenn du vorne an mir vorbei rennst, kann ich ihn vielleicht mit Knockback runterhauen Geh' dich nicht, da mal Ich hab' ihn Echt? Ja, ich hab' ihn Er ist Und ich bugge Das ist wahrscheinlich das los, wenn man ihn voldier Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn Ich hab' ihn, ich hab' ihn Beim Tower, ich hab' ihn Knockback gegeben Bitt' ich, oder? Loll Alle kommen bitte Ja, das ist der Equipte Das ist der, das ist der mit voldier Der Ex voldier Gern geschehen voldier Boah, ich werd' die ganze Zeit Zwei Leute von mir ins Wasser geflogen Ok Warte, machen wir ihn nochmal Er kommt Und? Schelle? Easy Easy Ich stell' mich wieder dorthin Ich bin wieder da Er soll zu mir kommen Nein, er landet Sorry Er landet immer auf dem letzten Stand Wenn er wieder vorbei kommt, hab' ich ihn Warte ich, Lockwin? Ja, er traut sich jetzt nicht mehr Das war so episch Er traut sich nicht mehr Loll Ja, er weiß, dass du da stehst wahrscheinlich Loll Nein Alter, hast du da nicht? Schelle! Ich bin tot Ich hab' über 5 Herzen runter gehintet Ich nehm kurz jemanden mit Oder mich nimmt jemand mit Besser gesagt Boah wie viele Leute hier AFK sind Ja, extrem viele Ah, ein Steve hat ein Cape? Ja Sag' ich mir auch Weiß jetzt glaub' ich Er bekommen glaub' ich Bald wieder sein erster Ihr Teil Boah was haben Was für Leute manche Leute Weißt du rein zufällig wie lange die Folge schon geht? Ja Aber du kannst es auch cutten Wenn du willst Ja, ich weiß Oder du teilst es einfach in mehrere Teile Aber dann haben wir keine Antwort Falsch Einmal geh' ich Freunde Clemens lass dich sterben Was für E-Towns machst Und dann gehen wir zu zweit Noch einmal angreifen Und dann würde ich sagen Das war's Für diese Folge Ja Wer dir mehr sehen wollt Lass'n Like da Ja Also wenn ihr noch Mehr von Gang Games sehen wollt Was Hier entscheiden müsst Oh Er ist jetzt fast mein Frontrun verkackt Wo bist du? Er ist schon weiter Er ist schon wieder halb dir Ich wollt grad sagen Er ist schon wieder halb full dir Ich sag das auch immer halb full Junge Ich bin kein Feed für dich Tschüss Kennst du mit ohne? Ich hab' Krampf Full dir Und ein halb Equipment Ausgespr... Ähm Ausgedrecks Ja Oh Gott Oh Gott Da Ja ich bin tot Ja Freunde Das war's Kommt zum Baum Dann können wir abmau machen Ich würd sagen Das war's für diese Folge Wenn's euch gefallen hat Wenn's euch gefallen hat Lasst ein Like da Hmhm Wenn ihr Keine Videos mehr verpassen wollt Abonniert uns Und sagt uns eure Meinung Was ihr von Gang geben Und unseren nicht vorhandenen Skill haltet Schreibt's uns in die Kommentare Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Video Ciao